Zeuge Josef Polak, Polen, Angestellter, 53 Jahre alt, 94. Verhandlungstag, 28.09.1964 Ist ja das, was ich weiß. Herr Polak, wann sind Sie verhaftet und nach Birkenau transportiert worden? In April 1940. Und ich kam nicht sofort nach Birkenau, Birkenau kam ja später. Ich kam zuerst nach Auschwitz I. Nach Auschwitz I. Das war im August 1940. Czy to było w sierpniu 1940, kiedy Pan przybył do Auschwitz I? Ja. Und wo wurden Sie in Auschwitz untergebracht? Gdzie Pan został pomieszczony w Auschwitz I? Gdzie Pan mieszkał? Ja najpierw bin na bloku 8. Zuerst war ich auf dem Block 8. Block 8. Und wer war damals Ihr Blockführer? Kto był Blockowem tego Block? Blockführerem? Blockführerem czy Blockältestrę? Nie, 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 Blockführerem. SS? Tak, also SS-Führer. Ach, das waren verschiedene. Ich kann mich nicht erinnern. Das waren so viele. Das ist Jahr 1940. Und der Blockälteste? Blockowem? An den Blockältesten, da kann ich mich erinnern. Das war in Schlesi, wie ich. Feikus, Feikus. Karol Feikus. Und der hieß Karl Feikus. Feikus, ja. Feikus. Haben Sie auch den Angeklagten Bednarek gekannt? Szepanowska zannego Bednarka równiersnau? Ja, ich kannte ihn auch, aber später, von später. Von später. War er nicht im selben Gebäude untergebracht wie Sie? Schon nie był w tym samym pomieszczeniu, so i Pan, w tym samym gmachom? Nein, nein, nicht in dem gleichen. Nun, Zeuge, wie lange waren Sie in Auschwitz? Eins? Ich kann mich so ganz genau erinnern, wann es war. Das ist nämlich ein Transport, damals zusammengestellt werden von den kranken Leuten. Es hieß damals... Ja, und auch ein Rest von den russischen Kriegsgefangenen. Es hieß damals, dass wir behandelt werden, dass wir darum in ein Transport zusammenkommen. Und da kamen wir in ein neues Lager. Und ich kann mich darum an das Datum ganz genau erinnern. Das war der 12. April 1942. Und wo kamen Sie damals hin, in welches Lager? Und wo kamen Sie damals hin, in welches Lager? Und dokąd byście wtedy przybyli, do jakiego obozu? No, das war der neue Obos Brüzenk, der powstaut. Ja, das war das neue Lager in Birkenau, das eben entstandes ist. Und wie hieß das? Wie war die neue Bezeichnung? Wie heißt den Obóz? Wie war es sich? Der Obóz war es sich für Wienden, 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 für Wienden. Aber dann haben wir diese Beziehung zu ändern. Und dann der Obóz überhaupt noch nicht fertig ist. Es war sehr süßig. Es gab nicht nur noch drüten, nur noch drüten, nur noch drüten. Es gab einfach nur drüten, mit so drüten. Es gab keine Bezeichnung. Da sollte ursprünglich ein Lager sein für die sowjetischen Kriegsgefangenen. Und dann später haben sie das so umgeändert. Und das Lager war im Rostzustand. Da waren schreckliche Bedingungen dort. Es gab auch ein Draht drumherum mit Strom beladen. Nein, das waren so Pfeile und da dran mit Draht drumherum. Es war schrecklich da drin. Würden Sie uns vielleicht an der Karte einmal zeigen, wo das Lager war, wo sie untergebracht waren? Können Sie sich auf der Karte zeigen, wo der Obóz war, mit dem Sie untergebracht haben? Nein, nein, nein. Stehen Sie ruhig mal wieder auf. Orientieren Sie sich zunächst. Zuerst waren wir hier. Das war doch das Tor. Das Ganze gab es damals noch nicht. Das gab es noch nicht. Das gab es noch nicht. Sondern was gab es denn, wie es hinkam? Also hier war nur die Umzäunung, aber ganz gewöhnliches Draht drumherum, wie ich bereits gesagt habe. Und das waren so kleine, niedrige, gemauerte Blocks. Ja. Und hier waren die Baracken. Und wo haben Sie gewohnt damals? In Japan. Zuerst war ich ja hier in der Mitte, in diesem Block. Ja. Und? Und später war ich in diesem Block, jetzt in dem letzten. Und wie lange blieben Sie da? Wir blieben dort ein Jahr. Ich kann mich nicht so ganz genau erinnern, aber es war so ein Jahr ungefähr. Etwas mehr. Und dann? Und später kamen die Frauen. Das war hier. Zuerst wurde das hier da unten gebaut. Als wir dort oben waren, da fing man an, hier unten zu bauen. Und später hat man dann die Umzäumung da, alles drumherum gebaut. Mit Draht, mit Strom beladen. Und wo kamen Sie dann hin? Mit Dok und Panfredepsche. Als die Frauen dahin kamen, da waren wir noch eine Weile auch dort, wo wir früher waren. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Und im April 1943, wo kamen Sie dahin? Ja, also nachdem er ein Jahr in Birkenau war. Ja, also nachdem er ein Jahr in Birkenau war. Sie kamen auch da oben. Ja, das weiß ich. Und wo kamen Sie dann wieder hin? Nur in Stockholm, Panfredepsche. Und da hier wurde... Als dieses Lager von dieser Seite hier, als dieses Lager fertig war, da kamen wir dorthin. Also in das Lager D. Also in das Lager D. Das heißt, wo wo? Das obo D. 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 D oder B? Das war D. Hier. Hier. Ja, also er zeigt auf C und meint D. Oder wie ist das? Wir kamen von dort durch den Weg hier, den Weg entlang. Ich erinnere mich, dass vor uns bereits die Zigeuner hier waren. Und hier kamen wir dorthin. Ja, das war D. Hier war so ein Tor. Moment, Moment, ich komme ja gar nicht zurecht. Hier war eine Straße, die ging vom Frauenlager durch das ganze Lager durch. Das ist der Weg, ja, ja. Und Sie waren im Lager D? Ich war im Lager D. Ja. Dann nehmen Sie bitte wieder Platz. Wie lange blieben Sie in der genau? Bis Ende Dezember. äh, 19... Grocku. 1944. Bis zum Dezember 1944 und was geschah dann? Dann wurde ich entlassen. Äh? Wie vollkommen entlassen oder... Ja, ganz aus dem Lager entlassen. Viele Schlesier wurden damals zu dieser Zeit entlassen, auf die Bitte unserer Mütter und Frauen hin. Das ist nämlich etwas, was ich bis heute noch nicht so verstehen kann. Ich war so praktisch für nichts und wegen nichts im Lager und zugleiche Zeit waren zwei meine Brüder bei der deutschen Wehrmacht. Und die haben das auch erreicht, dass ich aus dem Lager entlassen wurde. Und ich erinnere mich noch an etwas. Kto Blockführer? Tak, SS-man. Hat mich dann in Auschwitz I gebracht, um den Bruder zu treffen. Und ich hatte ja große Angst, ich habe gedacht, ich habe vielleicht irgendetwas mal gesagt und man will mich erschießen. Ich hatte große Angst. Und das war eine sehr angenehme Überraschung, als ich dann meinen Bruder gesehen habe und meine Mutter und meine Frau und meine Schwester. Die Genehmigung hatte eigentlich nur mein Bruder, aber er war so tapfer und er hat die ganze Familie mitgebracht. Ja. Und als Sie entlassen wurden, konnten Sie da nach Hause gehen oder sind Sie in irgendeine andere Einheit gekommen? Nein, ich kam also in Auschwitz I in eine Quarantäne und blieb dort so ungefähr zwei Wochen lang. Und dann? Und dann wurde ich nach Hause entlassen. Herr Zeuge, warum sind Sie eigentlich nach Auschwitz gekommen? Dlaczego pan w ogóle przybyl do obozu, proszę Świadka? Dlaczego Krzysztof, do obozu? Warto. Möchtest du das so sagen, genau wie es gewissen ist. Aber selbstverständlich. Oczywiście. Ja byłem przedwojennym urzędnikiem, dość dobrze płatnym. Mi się źle nie powodziło. Ja nigdy Niemcom nic złego nie zrobiłem. Ich war vor dem Kriege Beamte, also Angestellte. Und es ging mir ziemlich gut. Und ich habe ja nie Deutschen gegenüber mich irgendwie, niemals den Deutschen etwas Böses getan. Und ich war ja in einem Amt vor dem Kriege, wo man solche Verkehrskarten ausgestellt hat, so hieß es damals. Tak, tak się nazywało, tak. I przy tych kartach, jak ja wystawiałem, to wielu ludzi nie miało roboty w Polsce, to oni ruchszukali roboty po niemieckiej stronie. To ja mam te karty prędko wystawić dałem. Aha. Und damals, als verschiedene Menschen keine Arbeit hatten in Polen, und da wollten sie in Deutschland Arbeit finden, und da habe ich ihnen solche Verkehrskarten ausgestellt, dann dürften sie nach Deutschland gehen und Arbeit suchen. Das ging ja alles durch das Kreisamt. I ci ludzie właśnie, jak wybuchowa wojna, byli jednymi z pierwszych, którzy mieli mundury S.A. Und gerade diese Leute, die waren die ersten, die im Kriege dann, als der Krieg ausbrach, die S.A. Uniforme anzogen. Ich war damals gar nicht zu Hause, weil ich doch eingezogen war, angezogen als polnischer Soldat bei der polnischen Armee. Und als ich dann entlassen wurde nach Hause als Schlesier, da habe ich diese Kameraden getroffen und die haben mich alle zu überzeugen versucht, dass ich ja zu S.A. gehen soll. Das habe ich ja nicht getan. Ich wollte doch kein Verräter sein, einmal Poler, einmal Deutscher. Und ich habe geglaubt, dass ich wieder auf meinen Posten komme, dort in der Gemeinde, wo ich früher gearbeitet habe. Man hat mich aber nicht wieder aufgenommen, weil mein Vater ein bekannter Pole als Pole bekannt war. Und da habe ich keine Arbeit bekommen und blieb also arbeitslos. Und da fing ich an, mit den Kameraden so darüber zu spotten, es sollte uns doch so gut gehen und wir sollten alle so viel Arbeit haben und so gutes Leben haben und jetzt gehen wir ohne Arbeit. Und dann, wenn ich so richtig sagen soll, da habe ich nicht als Heil Hitler, wir sollten doch Heil Hitler grüßen, da habe ich Heil gesagt. Das war so ein schlesischer Ausdruck, so spotter. Und irgendjemand hat uns angezeigt und wir, so 40 Personen, wurden damals verhaftet. Und manchen hat man dann zugehörigkeit zu der Untergrundbewegung vorgeworfen und mir hat man das nicht bewiesen. Man hat mich eigentlich deswegen ja festgenommen. Und was für einen Winkel hatten Sie? Ja, ihr gebannt, ja. Da, ihr gebrückt. Rot. Einen roten Winkel. Also als politischer Häftling waren Sie dort und zwar vom August 19... vom 12.04.1942 bis zum Dezember 1944. Von April 1940. Ja, und woher? 40. Bitte? Von April 40, nicht 20. August 40, ja. April 40. Im April ist... Quedinio Araschlewani. Quedinio Araschlewani, da wurde Scherkin da gerufen. Scherkin. Im April verhaftet 1940 und in August 1940 nach Auschwitz gekommen. Nach Auschwitz gekommen, so war es, jawohl. Nun, Herr Zeuge, was haben Sie denn arbeiten müssen in Auschwitz, beziehungsweise in Birkenau? Und wo ist man musiał pracować? W Oświęcimiu, czy też Brzezince? Najpierw prekenowaliśmy różne pracy, dlatego, że to był obóz nowy. To były koszary przez wojskowe, to tam... Zuerst haben wir verschiedene Arbeiten ausüben müssen. Das war doch ein neues Lager. Das waren früher so baracken. Ach so, nein, das war früher, früher war das die polnische Armee da drin. Ja, Slager wurde ausgebaut und da haben wir dran dabei gearbeitet. Ja, ich habe also verschiedene Arbeiten getan. Da ich aber Deutsch konnte, ja, jetzt habe ich viel vergessen und deswegen traue ich mir nicht, jetzt Deutsch zu sprechen, weil ich vielleicht Verschiedenes nicht so genau verstehe oder ausdrücke. Ja, und da habe ich so verschiedene Arbeiten gehabt und da wurde ich ja zum Schluss Hilfsschreiber. Ja, und wo? Na Blocku właśnie 8. Eben auf dem Block 8. Gdzie był ten Schipek, ten Blockowy? In Auschwitz 1. Dort, wo diese Schlesie als Block älteste war. Ja. Fajkus. Sie sagten aber doch, dass Sie weggekommen sind von Auschwitz 1 nach Bergenau im Jahr 43 etwa. Nein, 1942, 42, ja. Und was machten Sie denn dann für eine Arbeit? No, a potem, tam, tam, co Pan robił, wykonywał za pracę? Ich war wieder Schreiber, ich war ja Schreiber. Sie waren wieder Schreiber. Eigentlich erst dann wurde ich ein richtiger Schreiber. Aha. Und lernten Sie bei dieser Tätigkeit die angeklachten Boga, Broad und Barecki kennen? Czy właśnie przy tej okoliczności Pan poznał oskarżonych Bogera, Broada und Bareckiego? Tak, poznałem to z prasy, bo to pokazywali, w prasie nam pokazywali. Ach, Pan rozpoznał ich. Prasie? Ja ich znałem, ja ich znam, dlatego w prasie pierwszy raz ich widziałem. Ich habe die dort kennengelernt und in der Presse habe ich sie wieder erkannt. Wo haben Sie wieder erkannt? In der Presse. In der Presse? Ja. In der Presse habe ich diese drei Namen bekannt geworden und warum sind Ihnen diese Leute besonders im Gedächtnis geblieben? No, Pan na pewno, wo Bozie, proszę Światka, poznał wielu ludzi, ale dlaczego właśnie tych trzy nazwiska, te trzy osoby, dlaczego Pan ich sie zapamiętał? I co to było, przy jakichkocznościach i dlaczego? Bo to byli najgorsze, najgorsze z tych wszystkich. Weil sie die schlimmsten waren von den allen. Dann wollen Sie uns bitte einmal sagen, wann Sie die Leute zum ersten Mal kennengelernt haben und wer ihnen gesagt hat, um wen es sich da handelt. Więc proszę nam opowiedzieć, kiedy Pan tych ludzi poznał i kto Pan opowiedział, że to są właśnie te osoby. Kto mi powiedział? Ja ich przecież poznałem na zdjęciach. Ja ich kann mir nicht vorstellen, dass die Angeklagten Ihnen selbst ihren Namen gesagt haben und es war überhaupt nicht üblich, dass sich dort die SS-Leute den Häftigen gegenüber vorstellten. Wer hat Sie denn darauf aufmerksam gemacht, dass ich um diese Leute handelte? Also Sie können mir heute nicht mehr sagen, was die Veranlassung darf, und dafür war, dass man Ihnen die Namen dieser Leute gesagt hat. Więc Pan dzisiaj, znaczy nie może opisać, co to była za przyczyna, że po raz pierwszy Panu pokazano i powiedziano, to są ci, 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 tak się nazywają. Ich verstehe eigentlich nicht die Frage. Ich weiß ja gar nicht, worum es Ihnen geht. Ja, das glaube ich. Herr Zeuge, der Angeklagte Boger, Broart und Broart waren in Auschwitz 1 tätig, nicht? Und Sie waren in Birkenau. Proszę Pana, Oskarzony Boger und Broart, na przykład, pracowali in Auschwitz 1, nicht? A Pan war in Brzeziense. Ja. Nun, wie kommt es denn, dass Sie trotzdem diese Leute A gesehen und B mit Namen kennengelernt haben? Und Sie haben doch in der politischen Abteilung gearbeitet. Und da kamen Sie doch einfach zu uns. Wieso? Was wollten die denn bei Ihnen? Bo na Cygańskim obozie na Cygańskim obozie była taka politische abteilung, się to nazywało. Weil in Cygańskim lager da gab es auch doch so eine politische abteilung. Ja. Und? I? Und Sie kamen ja dorthin. Ja, Sie waren doch gar nicht in Cygańskim lager. A Pan przecież nie był w obozie Cygańskim. Aber das war ja doch ganz nah. Als ich da dorthin gebracht wurde, da war ich doch direkt daneben. Das war doch ganz nah. Und darüber hinaus Sie kamen doch oft direkt in unser Lager. Was wollten die denn da? A co nie chcieli? Was pobozie? Sie kamen immer um verschiedene Leute abzuholen zum Verhör. Kamen die persönlich um die Leute dort abzuholen. Więc oni przychodzili osobiście, żeby zabierać ludzi. No nie zawsze osobiście, ale kilka razy na przykład na blogu, na którym ja byłem. Aber manchmal, ich hab zum Beispiel einige Male den angeklagten Burger sogar auf dem Blog gesehen, auf dem ich ja selbst war. Und was war mit Baretzki? A co bloc Baretzki? Baretzki to był rumęnski obywatel pochosenia, nawet dobrze po niemiecku gadać nie umiał. Also Baretzki, das war ein rumęnischer Bürger von rumęnischer Herkunft, der konnte sogar nicht gut deutsch sprechen. Er konnte nicht gut deutsch sprechen. Das war ein junger Mann. Das war so ein junger Mensch, der lief immer so schnell hin und her, das fiel direkt auf. Ich ziehe schon tak šipko bieg aus. Er war Blockführer in unserem Lager. Im Männerlager war er. Im Männerlager. Wir werden eine Pause einlegen bis um Viertel nach drei und werden die Vernehmung dann fortsetzen. Er hat gekannt, weil Sie öfters im Zigeunerlager, aber auch in Ihrem Lager erschienen wären und schließlich wäre Baretzki Blockführer gewesen in demselben Lager, in dem Sie sich befunden haben. Können Sie sich ausdrücken an die Räumung des Zigeunerlagers? Wenn ich mich so ausdrücken darf, war, das das größte Erlebnis in der ganzen Zeit meines Aufenthaltes im Lager. Wollen Sie mal erzählen, was sich dazugetragen hat? in der späteren Zeit war ich Block Älteste und ich war auf dem Block 4 Block Älteste. D Das waren, dort gab es verschiedene Häftlinge, auch ältere Häftlinge und verschiedene Kommandos, die arbeiteten eben in verschiedenen Kommandos. War das im Lager D Vittora? Czy to było, proszę Pana, na oboje D? D, D, tak jak Dominik. Jawohl, in Männerlager D. D, waren Sie Block Äldrester. Więc Pan był Blockowy. Tak jest. Jawohl. Bitte weiter. Dalej. I na tym właśnie Blocku, gdzie ja byłem, to byli sami funkcyjni, wszystko staży koledzy, tam w kuchni pracowali, byli Rosjanie, wszyscy byliśmy takimi kolegami. Und auf diesem Block, wovon ich ja jetzt spreche, da waren meistens funktionshäftlinge, meistens, und auch sowjetische Kriegsgefangene und solche, die auf der Küche gearbeitet haben. Und wir hatten so eine gute Kameradschaft miteinander gehabt. Ja? Also, da wurde ich ja, als ich ja dort war, auf diesem Block, da wurde ich krank, ich bekam Gelenkentzündung und auch jetzt habe ich große Schmerzen, deswegen habe ich auch große Angst, wie ich diese Aussage hier, ob ich das bis zu Ende führen kann, ich fühle mich sehr schlecht. Meine Beine sind so sehr geschwollen und das wollte ich ja eben dem Gerichte sagen, dass ich mich nicht sehr gut fühle jetzt. Nun, was haben Sie erlebt bei der Räumung des Zigaunerlagers? Ja, also da wurde ich ja krank und nachdem ich wieder vom Krankenbau zurückkam, da war ich ja kein Block Älteste mehr und ich wurde von dem Lager Ältesten, es war nämlich die Lager Älteste, derjenige, der bestimmt hat nicht irgendeinen SS-Mann, da von diesem Lager Ältesten wurde ich ins Zigaunerlager geschickt. Als was und vor allem. I ja, kto, jako kto pan poszedł tam do obozu? To było tak, tam w tym czasie, gdy ja do obozu cygańskich przyszedłem, to już połowa obozu nie było cyganów, byli wybrani i wysłani, byli w transporty. Zostało tam parę tysięcy Cyganów po prawej stronie tego lagru cygańskiego, a po lewej stronie było trzy, albo dwie, albo trzy baraki, było więźniów żydowskich, którzy co od jak pewien czas wjeżdżali w transporty. Ci ludzie już byli do robotów przesyłani. Also, als ich ins Zigaunerlager kam, da waren eigentlich nur noch einige tausende von Zigauner drin, die befanden sich an der rechten Seite des Lagers und an der linken Seite, da waren so vielleicht zwei, drei baraken, wo die jüdischen häftlinge drin waren. To były baraki, czy? Baraki, wszystko było baraki, wszystko było baraki. Das waren alles baraken. Und da waren zwei bis drei, wo die jüdischen häftlinge waren, die immer wieder in die transporte gingen. Tak jest, tak jest. I właśnie na tych trzech blokach mnie polecono prowadzić ten porządek, żeby ci ludzie byli dobrze zaopatrzeni w transport, ubrani, bo oni ciągle przychodzili z tymi Zugangami z całej Europy alle, alle, die Bekleidung bekommen. Die kamen nämlich, und wurden sofort in bestimmte verschiedene Transporte geschickt. Ich weiß nicht, was da für Aktion gewesen ist. Und da ich doch von Beruf aus Buchhalter war und mich daran verstand, da spielte sich auch bei mir alles so gut ab. Tak, ist, tak. Lager ältesterem, tym lager zzygańskim wozie, był wtedy Leon Schiwy. Der lager älteste im Zygeunielager war damals Leon Schiwy. Tak jest, Leon Schiwy. A ja byłem po lewej stronie, miałem te trzy baraki pod moją pierwszą. Und ich war also an der linken Seite, und hatte unter mir diese drei baraken, von denen ich gesprochen habe. Und eines Tages wurden die Polen und auch die Sanitäter, die dort in dem Zygeunielager tätig waren, ins Lager D, in das Männerlager D geschickt. Ja, ja, ja. I wtedy, było coś, coś takie podejrzane, co się to dzieje. My byli wtedy w strachu. Sam ten Schiwy mówi, wiesz co, z tymi Zyganiami ja się coś zrobią. Trzy unik, aby nie zahleli. Wir hatten alle so, so verdacht, und es schien uns alle so merkwürdig zu sein, sogar diese Schiwy, der lager älteste, hat zu mir gesagt, also ich weiß nicht, was da alles mit diesen Zygeunier, da passiert irgendetwas mit ihnen. Tak, tak. I my byli wtedy w wielkim strachu, co się to teraz wiedziało. A ja się akurat tym, tym Lager też znajdowałem. Ja mam trochę strachu. Ja, ja. Wir hatten ja Angst gehabt, was jetzt in dem Lager passieren wird, und ich, da ich ja auch in dem Lager war, ich hatte auch Angst. Wann war denn das? Kiedy to było? To było w leczu Lepiec, tak Lepiec, Czerwiec, Lepiec ja tam byłem. Das war also im Sommer, Juni, Juli, sowas, als ich dort war. W Sierpniu, w Sierpniu, to było taki strach, taki, 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 taki. Und im August, so ungefähr, kam diese, tauchte diese Unruhe auf. 1900. W którym to roku było? W 1944. Im August tauchte die Unruhe auf, dass hier irgendetwas passieren könnte. Ja, genau. W Sierpniu 1944 roku powstało takie, takie niespokojne uczucie, że coś się stanie. Ja, genau. Und weiter. A dalej? No i pewnej nocy, wydaje się, to było pod koniec sierpnia, na początek września. In einer Nacht, das war so Ende August, Anfang September. Tak. Poza, po apelu. Nach dem Apel. Zapowiedziane było, przy Sierpniu mi powiedział, wiesz co, zajsie teraz by się coś działo. I wtedy. Hat der Sierpniu zu mir gesagt, also ich glaube, jetzt wird was geschehen. I powiedział mi, że ja mam z swojego bloku nie wychodzić, bo zajsie blok szpera, lepiej się wcale nie pokazywać na tym. Und er sagte mir, ich soll meinen blok nicht verlassen, glaub, das wird eine szpera sein und es ist besser, ich zeige mich gar nicht. I właśnie ta szpera nastąpiła. Die Spera kam auch, wurde auch angeordnet. Tak, pod wieczór, pod wieczór. So ungefähr, so dem Abend zu. Tak. I wtedy nie wolno nam było, zapowiedziano, blok szpery i nikt nie wchodził, każdy się bał. Also, es wurde die blok szpery angeordnet und niemand ging raus, wir hatten alle Angst. Pomimo tego, ja byłem trochę ciekawy, co to będzie, bo ja się bojałem o swoje życie i wszyscy by się wali. To ja wtedy odtylułem drzwi, tego baraku. Und trotzdem, ich hatte ja große Angst und da war ich etwas neugierig, ich wollte mal wissen, was da geschieht. Da hab ich die Tür von der Barakke so etwas, ein wenig aufgemacht. I zobaczyłem, przy bramie naszego lageru zobaczyłem, zbierają się SS-manny. Und da sah ich am Tor zu unserem lager, wie sich die SS-männer grupieren. Tak, tak. Co najgorsze, co zobaczyłem, to tego człowieka, którego się prawie wszyscy boh strasznie bali, pokazał się mol, mol. Und da hab ich den Menschen gesehen, von dem, wir alle im lager große Angst hatten, das war Moll. Tak, myśmy go nazwali, 3M, my go tak nazwali. Wir nannten ihn 3M. To znaczy po niemiecku Massenmörder Moll. Aha, und das bedeutete in Deutsch Massenmörder Moll. 3M, tak. my go tak nazwali. So haben wir ihn genannt. Als ich also gesehen habe, dass sie sich dort versammeln, da hab ich Angst gehabt und die Tür der Barakke zugemacht. Tak. Im Lager wurde dann ganz still und niemand hat sich gezeigt. Nach einer Weile kamen dann die Autos angefahren und die fangen an, einen Block nach dem anderen zu entleeren. Bei einem schrecklichen, in Begleitung, begleitet von schrecklichem Geschrei und Rufen. Frauen, Kinder haben fürchterlich geschrien. Und so haben sie die ganze Nacht durch, bis zu Morgenstunden geladen. Ich weiß ja nicht genau wann, so ungefähr bis zwei, drei Uhr morgens. Ich erinnere mich nicht genau, weil ich nicht an die Uhr geguckt habe. Das war aber nachts. Ja. Ja. Jawohl. Und am Morgen, als schon alles sich beruhigt hatte und wir haben niemand mehr im Lager gesehen, ging ich mit dem Schiebe, die Baraken zu besichtigen. In Baraken war alles durcheinander geworfen. Die Sachen, die diesen Menschen gehörten, lagen herumzerstreut. Und ich sah auch auf den Blocks spuren von Blut. Also im Lager waren keine Zygäunen mehr und keine Transporte sind gekommen und auch keine wurden formiert, so dass ich wieder zurück ins Lager geschickt wurde. Die Transporte, die kamen zur Vergasung, ja. Die kamen dann an, aber nicht in diese drei Baraken, um die ich mich kümmern sollte. Ich kam also zurück ins Lager und ich wollte damals nicht mehr Blockältester sein und ich wollte von nichts mehr wissen. Ja. Sie haben, wenn ich Sie recht verstanden habe, nur den Moll gesehen bei dieser Gelegenheit und dann haben Sie die Tür zugemacht und haben nicht mehr die Sache beobachtet. Stimmt das? Wie ich Sie das nicht gesehen habe, wenn Sie das nicht gesehen haben, dass Sie das nicht gesehen haben, dass Sie das nicht gesehen haben, dass Sie das nicht gesehen haben. Nein, ich habe mehr gesehen. Aber der hat mich erschreckt. Der hat Sie erschreckt. Wen haben Sie denn sonst noch gesehen? Ich habe den angeklagten Boger gesehen. Ich habe den Broat gesehen. Baretzki, Schneider, das war übrigens auch ein Rumäner. Ich kannte alle diese SS-Männer. Dann war noch Plage dabei. Und dann unser Lagerführer, Schwarzhuber, der hat irgendetwas mit Ihnen gesprochen. Aber er, der hat sich mit nichts eigentlich befasst. Der stand so ein bisschen wie mitgenommen. So als ob er so Mitleid oder so Mitgefühl empfand. Er schaute nur so zu. Er hatte so ein merkwürdiges Gesicht dabei gemacht. Und später habe ich mich nicht mehr gezeigt. Und ich habe nur nach den Stimmen dann gehört. Und da habe ich ja die Stimme von Boger erkannt, wie er so laut gesprochen hatte. Ja, Herr Zeuge, es ist uns bisher berichtet worden, dass die Räumung dieses Siegner-Lagers Ende Juli 1944 stattgefunden haben soll. Sie sagen im August, September. 44, meine ich. 44, ja. Zgadza się, zgadza się. Więc dotychczas nam było przy Świadków mówione, że to było koniec lipca 44. Pan teraz pojada koniec sierpnia, początek wrześnie. Ja, mogę sich teraz pomylić. Może, ja, to było. Ja. Koniec lipca, koniec sierpnia. Es könnte so sein, das ist Ende Juli, Anfang August. Das ist ja immerhin 20 Jahre her. Ich kann mich ja irren sogar, aber um diese Zeit, um diese Zeit ist es gewesen. Und wir haben auch bisher nicht gehört, dass in dem Lager gleichzeitig mit den Zigeunern die Hälfte mit Juden belegt gewesen sei. Und wir haben auch bisher nicht gehört, dass in dem Lager gleichzeitig mit den Zigeunern die Hälfte mit Juden belegt gewesen sei. Gazu. I tych ludzi zaraz na drugi dzień, trzeci dzień wysłano w dalsze transporte jakieś fabryki. Und jedoch war es so. Es gab drei Baracken und da kamen die gesunden Juden dann aus den Transporten und sie wurden sofort nach paar Tagen dann aus dem Lager wiederum in andere Transporte geschickt. Nun noch etwas anderes. Haben Sie am nächsten Tag in dem geräumten Zigeuner Lager noch Kinder vorgefunden? Czy Pan następnego dnia po likwidacji obozu widział Pan dzieci w obozie? Nie, ja już nikogo nie widziałem. Nein, ich habe niemanden. Ja byłem tak przyjęty, że ja w ogóle, ja się nie chciałem w ogóle nie pokazywał, ja się by pokazał te parę braków, Pan wysuł, daj mi spokój. Ja już nic nie wie. Ja miałem strach, żeby mnie też potem wzięli jako takiego świadka, którego za dużo widział, że mogą być zlikwidować. Ja już nic się nie widziałeś. Ich war ja so aufgeregt, ich wollte ja gar nichts sehen. Der Schiebe, der Schiebe, der hat mir da diese paar Baracken gezeigt und ich habe gesagt, lasst mich in Ruhe, ich will ja gar nichts sehen. Ich hatte Angst, wenn ich zu viel sehe, dann werde ich genauso, da können Sie mich genauso liquidieren. Haben Sie irgendeine Wahrnehmung gemacht, dass bei dieser Räumung auch Menschen erschossen oder erschlagen worden sind? Czy Pan mial może oznaczenie, że podczas likwidacji obozu ludzie zostali rozczelani, że była strzelanina i czy kogoś rozczelali, czy też zatwukli na śmierć? Była cała noc, wielki wo, wielki hałas, wielki jenki, bicie, głos, ich słyszałem, die ganze Nacht gab es Geschrei und Stöhnen und das habe ich ja gehört. Und ich habe auch die Stimmen von SS-Männern gehört, ich habe die Stimmen erkannt, die Stimmen von Bogera poznałem głosu. Die Stimmen von Bogera, die habe ich erkannt. Ich glaube auch die Stimmen von Baretzki, er musste dabei gewesen sein. Ale ludzie, jakich po obozie po tych dzieci, to ja nie widziałem Baraków. Aber so Kinder danach oder Menschen nach tej chwili, nein, in den Baraków nie widziałem. Sie sagten, eben Baretzki musste dabei gewesen sein. Habe ich Sie nicht richtig verstanden, dass Sie vorhin sagten, Sie haben gesehen, dass ich bei denen, die sich da an dem Tor versammelt haben, Boger, Brod und Baretzki war. Herr Zeuge, der Angeklagte Brod hat hier erklärt, er sei um diese Zeit gar nicht im Lager Auschwitz bzw. Birkenau gewesen, sondern er sei um diese Zeit abkommandiert gewesen auf einem Lehrgang in Arolsen. Oskarżony Brod powiedział nam, dass er in diesem Zeitpunkt nie war überhaupt in Oswainzimiu oder in einem und dass er auskommandiert auf einen Kurs, der sich in Arolsen Das kann ich nicht. Er war ja doch. Also Sie besinnen sich genau, dass Sie an diesem Abend den Angeklagten Brod dort im Lager gesehen haben. Ich habe ihn eben dort an dieser Stelle, wo Sie sich versammelt haben, vor der Vergasung gesehen. Das war ja so eine Blockführerstube, das war so ein Tor und die standen alle daneben. Ja. Na ja. Dann habe ich an den Zeugen keine Frage mehr. Vielleicht von Seiten des Gerichts. Bitte schön. Herr Zeuge, Sie erwähnten vorhin, dass Sie Bednarek gekannt hätten. Können Sie über ihn etwas bestimmtes aussagen? Ja. 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 Es tut mir leicht, von ihm zu sprechen, mit so unangenehm. Ich war der Block älteste, er war der Block älteste. Ich persönlich habe es ja nicht gesehen, aber er hat einen schlechten Ruf im Lager. Und das war so ein schlechter Ruf, dass die Leute dort sterben, dass sie dort umgebracht werden. Ja. Ja. Aber ich muss etwas sagen, das will ich betont haben, dass zum Schluss Bednarek sehr in Ordnung war. Ja. Ja. Er hat sich gewässert, er war kameratschaftlich. Ja. 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 Es scheint mir, dass Bednarek nur zu sehr so diensteifrig gewesen ist. Ja. 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 Ja, dass er so diensteifrig gewesen ist. Aber zum Schluss, da hat er sich gebessert, er hat ja niemandem was getan. Im Gegenteil, er hat so für Kinder gesorgt, polnische Kinder betreut. Er hat die Kinder betreut und man hat gesehen, dass er so Mitleid mit ihnen hat. Ja, das ist schon bekannt. Dankeschön. Dann noch ein anderer komplex, Herr Polak. Ja. Ja. Das ist die, die heute hier ist. Ja, ich habe sie einige Male gesehen. Haben Sie diese Frau auch an dem Tag gesehen, von dem Sie eben sprachen, dass dort die LKWs ins Lager gekommen seien, um die Zikon abzufahren? Ja. 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 Daher kann ich mich nicht erinnern. Ja. 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 Ja, muss ich das bitte zeigen auf dem Plan? Hier war das Tor. Hier war das Tor. Und ich war hier in der dritten Baracke. Und die haben sich hier eben alle versammelt. Hier war die Küche. Und ich war, glaube ich, in dieser Baracke. Und als ich die Tür geöffnet habe, da habe ich ja gesehen, wie die sich dort gesammelt haben. Und Moll kam von dieser Richtung auf Sie zu und hat mit Ihnen, mit diesen SS-Männern, gesprochen. Danke schön. Keine Frage. Aber wenn er Blockführer war, das heißt, für Ihren Block zuständig war. Aber wenn er Blockführer war, dann war er Blockführer. War er als Schläger bekannt? Hat er einen besonderen Schlag gehabt? Ja. 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 Mit der Hand und mit dem Ellenbogen. So schlug er. Und darüber hinaus trat er nach Häflin. Sehr gefährlich. So in gefährlichen Stellen. Ich möchte es nicht genau beschreiben. Aber ich habe diese Leute später im Krankenbau gesehen. Ich kann mich ganz genau an einen Juden erinnern, der so eben getreten wurde von ihm. Er war in einer Agonie. Er lag am Sterben. Ja, er war nämlich so getreten, als ich möchte das nicht genau beschreiben, wo, aber alles war so geschwollen und voll eiter. Ja, ich habe ihn gefragt, wer hat dir das gemacht? Und er hat geantwortet, Baretzki. Wissen Sie genau, dass dieser Häftling später gestorben ist? Ich war ja später bei einem Block ältesten, von dem Mann Mordarski hieß er. Und da lebte er. Und er sagte, er lebte nicht mehr. Der Mordarski, der lebt heute noch, ich weiß nur nicht wo, er kann das bestätigen. Und der Mordarski hat gesagt, also dass derjenige, der Getretene, nicht mehr lebt. Ich habe ihn sogar gesehen. Er lag dort einige Tage, diese Kranke, diese Getretene. Und er wurde auf dem Platz geraten. Da, auf dem Platz geraten. Einen kleinen Moment mal. Diese beiden jungen Leute da in der zweiten Bank. Wenn sie so müde sind, dass sie sich nicht mehr gerade setzen können, dann können sie rausgehen. Es ist nicht unbedingt erforderlich, dass sie hier dabei sind. Aber wenn sie hier sind, betragen sie sich anständig. Der Wachtmeister war vorhin schon mal bei ihnen und hat ihnen das gesagt, nicht? Ich bitte noch mal, zu fordern. Der Hörer, der Skopane, das war so ein Platz. Das war so eine Gefahr. In den Baracken waren sehr starke Leute. Und der, der umierte, den Blocken mussten ihn auf den Weg her rufen. Ja, also dort vor der Baracke war so ein kleiner Platz. Und in dieser Baracke lagen die Kranken. Und wenn sie schon sehr schlimm waren, dann musste der Blockälteste sie auf diesen Hof rauswerfen. Und die starben ja dort. Und dieser Mann eben, von dem ich erzählt habe, mit dem ich gesprochen habe, der hat gesagt, Baracke hätte ihn getreten. Können Sie sagen, wann ungefähr das gewesen ist? Können Sie sich an einen vorgang erinnern, der den Krematoriumsaufstand betroffen hat? Ich wollte eben an dieser Stelle, dass alle das Ganze erzählen. Nicht nur, dass ich das gesehen habe, aber diese Häftlinge, die diesen Aufstand im Krematorium gemacht haben, die haben uns aufgefordert, zu Hilfe zu kommen. Und wir stiegen alle aufs Dach. Auf die Baracken stiegen wir. Und haben beobachtet, was geschah. Die SS-Männer begannen zu kommen. Es war nämlich alarm. Die SS-Männer kamen dann mit Motorrädern und so ganze Kompanien und die haben das Krematorium umringt, das hat gebrannt. Wir konnten ihnen nicht zu Hilfe kommen, das wäre ja Selbstmord. Das war nämlich um die Mittagszeit, das ganze Lager war leer, alle waren außerhalb. Wir konnten ihnen nicht helfen, wir wollten auch nicht helfen, weil wir ja selbst nur dabei betroffen wären. Und manche von den Häftlingen, die an den Aufstand teilnahmen, die liefen dann davon und auf die Drähte. Von hinten, um zu entfliehen. Man lief hinter ihnen und schoss auf sie wie auf eine Jagd. Alle sind ja wahrscheinlich erschossen worden. Haben Sie selbst gesehen, dass Barecki sich an dieser Jagd beteiligt hat? Ja, das ist so, dass Barecki nicht, dass Barecki teilgenommen hat. Aber Barecki hat mir selbst erzählt, dass er ungefähr 15 Personen erschossen hat. Und hatte dabei. Danke, keine Frage. Nur die Frage, Herr Vorsitzender, werden Sie sich stellen, ob Barecki sich dazu äußern will? Er hat das Recht dazu. Ja. Sind von Seiten der Verteidigung Fragen zu stellen? Bitte schön, der erste Herr Dr. Ich habe nur eine Frage. Herr Zeuge, Sie haben vorhin gesagt, dass an dem Abend, als die Räumung des Zigeunerlagers vor sich ging, dann gegen Abend Blocksperre verkündet worden sei. Und Sie hätten dann trotzdem aus Neugierde die Tür des Blocks ein wenig geöffnet, um da zu beobachten. Bitte, Herr Schuertel. Bitte, Herr Schuertel, Herr Schuertel, fülle Sie sich in den Beratungen? Ich habe einmal, dass Sie das Verhältnis trướcweise, dass Sie die Tür öffnen müssen, Können Sie überhaupt mal die Bewegung des Öffnens vormachen? Ja, und wie haben Sie die aufgemacht? Würden Sie das mal zeigen? Ja, und wie haben Sie das mal zeigen, wie Sie das gemacht haben? Ja, als ich im Lager also war, da habe ich mit der linken Hand die Tür geöffnet. Die Tür kam dann so aufeinander, sodass ich mit der linken Hand geöffnet habe. Und wie weit schätzen Sie die Entfernung von dieser Tür? Wie weit er die Entfernung schätzt, auf die er die Gruppe der SS-Leute gesehen hat von dieser Stelle aus? Und wie Sie die Entfernung von dieser Tür geöffnet haben von dieser Tür geöffnet hat von dieser Tür geöffnet hat von dieser Tür geöffnet hat? So bis hundet meter. Dankeschön, keine weiteren. Herr Zeuge, Sie haben gesagt, Sie waren teilweise auch blokäldester. Herr Zeuge, Sie waren sehr schwer mit den Häftlingen zurechtzukommen? Ich habe bereits gesagt, dass auf diesem blok die Funktionshäftlinge, nur Funktionshäftlinge waren, also nur Kameraden waren. Ich hatte ja keine Schwierigkeiten mit denen. Und als Sie die drei Blocks in dem Zigeunerlager unter sich hatten? Ich habe diese Menschen ja gar nicht gekannt. Sie kamen und gingen wieder. Ich habe nicht gefragt, ob er die Menschen gekannt hat, sondern ob er Schwierigkeiten mit ihnen hatte. Er musste sie doch nach seiner Darstellung beaufsichtigen und musste dafür für Ordnung sorgen. No tak, ale ja nie pytam się, czy Pan ich znautkom. Nie chodzi o to, czy Pan miał z nimi trudności. Przecież Pan musiał dbać o porządek u nich. Tak ist. Wenn Sie die Leute abwärten und kommen zu mir, dann ich sie lernen, wie ich sie abwärte, wie ich sie ustawiere. Wenn sie so weit sie angezogen waren, dann habe ich ihnen beigebracht, wie sie müdze abtun sollen, wie sie sich aufstellen sollen. Zum Appell sich aufstellen sollen. Das war das Ganze. Sie waren ja sehr verängstigt und sehr vollkommen. Ich hatte keine Schwierigkeiten, nein. Haben Sie als Block Ältester auch den Häftlingen gegenüber zu misshandlungen greifen müssen? Czy Pan musiał jako Blockowy też malzitować? Były wypadki, że ukrał toś paczki, kolega, koledzy z domu posłana, no to dostał popiski, bo to sei lager tego, sei blok tego wymagał. Es gaben Fälle, dass wenn das ein Häftling dem anderen ein Paket, was er von zu Hause bekommen hat, geklaut hat. Und dann, oder vielleicht Brot gestohlen hat, da bekam er eins aufs Gesicht geklebt. Prostana, sicher von mir. Das wurde auch vom ganzen Block verlangt. Ich habe ein paar Fragen. Herr Zeuge, Sie sagten, Sie hätten Herrn Boga gesehen und auch in der Nacht seine Stimme erkannt. Wann, bitte? Proszę, Świadka, Pan powiedział, dass Pan wówczas Boga und in der Nacht auch eroznt, dass Sie ihn erkannt haben, wenn Sie Herrn Boga zum ersten Mal mit Bewusstsein kennengelernt haben? Kiedy Pan po raz pierwszy z całą świadomością poznał oskarżonego Bogera? To była taka słynna postać, że ja poznałem go w 1943 roku. Ja, das war so eine bekannte persönlichkeit, aber kennengelernt habe ich in 1943. Hatte Herr Boga mit Ihnen irgend einmal etwas zu tun gehabt? Czy Pan Boga miał z Panem cokolwiek, kiedykolwiek do czynienia? Nie, bezpośrednio nie. Unmittelbar nicht. Sie haben mit Ihnen, haben Sie mit Ihnen einmal gesprochen? Czy Pan z nim kielekolwiek Rosmawiel? Nie, Rosmawiel. Nein, ich habe nicht gesprochen. Keine Frage mehr. Von Seiten der Angeklagten. Nein. Ähm, Balski. Herr Vorsitzender, was der Zeug gesagt hat, haben wir den Häftlinge erschossen, das ist ja gar nicht wahr. Ich habe mit dem Mann sowas überhaupt niemals gesprochen. Bitte, ich verstehe nicht. Das ist ja gar nicht wahr, was der Mann sagt, was Sie haben den Leute erschossen im Krematorium. Das ist ja gar nicht wahr. Ja, warum waren Sie damals nicht bei diesem Aufstand im Krematorium? Ich war ja gar nicht da. Sie waren nicht da? Nein. Wo waren Sie damals? Ich war im Krematorium 1 beim Ausbruch. Wie war das langsam, langsam, langsam? Ich war im Krematorium 1. Sie waren im Krematorium 1? Ja, wir wurden nach dem Häftlinge nachgefahren. Da sind die ersten da ausgebrochen, Krematorium 1. Aber nicht im Krematorium 3, wie der Mann sagt. Da habe ich ja gar nichts. Welches Krematorium ist damals gesprengt worden? Gesprengt nicht. Krematorium 1 in der Häftlinge ausgebrochen. Welches Krematorium hat gebrannt? 1 oder 3? 3 hat gebrannt. 3? Aber 1 in der Häftlinge ausgebrochen. Ja, und 3 hat gebrannt? 3 hat gebrannt, aber nachher, nach dem Ausbruch. Der Ausbruch war im Krematorium 1. Wo ist denn damals die Explosion bzw. die Brandstiftung erfolgt? Das war in 3. In 3? Das war ja nachher, nach dem Ausbruch. Nach dem Ausbruch. Jawohl, der Ausbruch war im Krematorium 1. Der war im Krematorium 1. Da sind die Häftlinge ausgebrochen, Krematorium 1. Ja. Und da sind in den Wald hineingelaufen. Ja. Und da waren Sie dabei? Da war ich, wir sind dann gefahren mit dem Auto bis an die Sola. Ja, sind Sie ausgeschwärmt. Das haben die Leute... Abzusperren, die Sola. Abgeschwärmt. Da sind wir gefahren. Und der Zeuge hat gesagt, er hat auf dem Dach gestanden oder hat oben zum Dach herausgesehen und hat gesehen, wie die Häftlinge geflüchtet sind und wie sie verfolgt worden sind und abgeschossen worden sind. Stimmt's? Herr Vorsitzender, wenn wir hingekommen sind, waren die Häftlinge schon lange weg? Ja. Über die Sola drüben? Nein. Von Krematorium heraus in den Wald? In den Wald. Und... Sie haben die Häftlinge dann vor der Sola abgefangen? Nein, wir haben nicht nur eine Postenkette gestellt an der Weichsel. Eine Postenkette gestellt? Ja, sicher. Ja. Und geschossen worden ist damals nicht? Da sind ein paar Kompanien gekommen, ist der ganze Wald durchgekämpft worden. Ist überhaupt verboten gewesen zu schießen in den Wald. Verboten gewesen zu schießen? Ja, wegen den Qualsschlägen. Die hätten sich alle kaputt geschossen. Also sagen Sie bitte dem Zeugen Folgendes. Erstens, der Angeklarte Barecki sagt, damals sei er eingesetzt gewesen, um die flüchtenden Häftlinge aus dem Krematorium 1 zu erfassen. Oskarzony Barecki powiada, że on został skierowany do złapania tych Wiesniew, którzy uciekli z Krematorium Nr. 1. Wnikałoby z tego, że z dwóch Krematorium było powstanie. A było powstanie tego w jednym Krematorium. Es wäre dann so, man könnte daraus folgen, dass der Aufstand in zwei Krematorium erfolgte. Und das war doch nur ein Aufstand. Ja, aber der Angeklagte sagt, er war eingesetzt, um die flüchtenden Häftlinge aus dem Krematorium 1 zu verfolgen und nicht die aus dem Krematorium 3. Ale Oskarony Barecki powiada, że on był skierowany do złapania Wiesniew, uciekające z Krematorium 1, a nie z Krematorium 3. No to, to nie zmienia z postaci rzeczy. Das endet die Sachlage nicht. Man hat, man hat die Flüchtende nach den Flüchtenden gejagt. Ich weiß nicht, ob das ja aus dem Krematorium 1 geflüchtet sind. Wszystko uciekało w las, uciekało. Alle flüchteten in den Wald. Ja. I wtedy Barecki siegał ich. Und Barecki war hinterher. Dobrze strzelał. Und er schoss gut. I chwalił się w obozie wobec nas więził, ile to ich nas strzelał. Und er prallte im Lager uns Häftlingen gegenüber, wie viele er erschossen hat. Und was haben Sie gesehen bei dieser Gelegenheit? Hat er die Häftlinge vor dem Wald erschossen, oder im Wald, oder wo? A Pan sam, czy Pan widził, czy oni zaszczeli przed Lassem, czy w Lęce, czy gdzie? Ja nie widził, czy oni zaszczeli, wo to było odległe, jest za wielka. Ich habe doch nie gesehen, wie er sie erschossen hat, weil das zu große Entfernung war. Das sah so aus, wie eine Jagd. Ja. So geschossen wurde. Sondern Sie haben es nur erfahren. A Pan znaczy, tylko dowiedział się od. Od Jego samego. Von Im selbst. Von Im selbst. Und womit er geschossen haben soll? I czem, und z czego on miał strzelać? Powiadał mi, że miał takie miszone Maszynpistole. Er hat mi erzählt, dass er eine Maszynpistole gehabt hat. Poza tym dokładnie, jeszcze chciałem podkreślić, że on mi mówił, że niektórzy poszczelani mieli przy sobie takie granaty porobione. Gdzie on to Pan opowiada? W naszym obozie. W naszym obozie. Er ging durch das Lager und erzählte. W naszym obozie. Er prallte damit. Haben Sie gehört? Herr Vorsitzender, das ist ja gar nicht wahr. Das ist ja völlig aus der Luft gegriffen. Erstens besitze ich überhaupt keine Maszynpistole als Blockführer. Ich habe ja nur eine Pistole. Wofür her soll ich Maszynpistole herholen? Nun, vielleicht waren zur Bewaffnung der Leute Maszynpistole irgendwo in der Blockführerstube oder sonst irgendwo vorhanden. Das weiß ich nicht. Wofür besitze ich nur Maszynpistole. Ich konnte in die Maszynpistole gehen holen. Ich hole in die Maszynpistole und dann nach dem Häftling gehen. Da wäre ich ja zwei Tage später gekommen. Also jedenfalls der Zeuge sagt, Sie hätten sich damit gebrüstet, dass Sie eine große Anzahl von Häftlingen 15, ja, Häftlingen erschossen hätten. Auf der Flucht. Das hat der Zeuge hier gesagt. Er hat nicht gesagt, dass er das gesehen hätte. Er hat uns eben gesagt, die Entfernung war viel zu groß. Ich konnte das gar nicht sehen. Ich konnte nur so eine allgemeine Treibjagd mit ansehen. Aber der Barretzki hat am nächsten Tag uns im Lager erzählt und sich damit gebrüstet, dass er die 15 Menschen totgeschossen hätte. Und manche hätten sogar noch selbstgefertigte Handgranaten in der Tasche gehabt. Das ist ja kein Wort wahr, Herr Vorsitzender. Ja, also Sie bestreiten das. Genau wie der Herr sagt, der Lager ist ein Zigeunerlager. Das ist ja kein Wort wahr dran. Der Mann war Lager ist, also war Blocker ist ein Zigeunerlager. Das ist ja kein Wort dran. Nicht im Zigeunerlager. Er hat am D-Lager gebrüstet. Ja, und er sagt nachher im Zigeunerlager, wer auf der einen Seite, wir werden das jetzt gleich nochmal die Frau Steinberg fragen, auf der einen Seite seien Juden eingesperrt gewesen, auf der anderen Seite seien Zigeuner eingesperrt gewesen. Und auf der linken Seite, da wäre er Blocker ist. Er konnte ja nicht auf zwei Stelle Blocker ist es sein. Er konnte nur im D-Lager Blocker sein oder im Zigeunerlager. Und ich kenne ihn ja aus dem D-Lager. Sukzessive. Erst im einen, dann im anderen. Und er sagte, der Lagerlager ist ein Zigeunerlager. Da war der Diamanski, aber nicht wie der Mann gesagt hat, einen ganz anderen Namen. Schiebe. Er sagte Schiebe. Und Herr Diamanski war ja Blocker ist ein Zigeunerlager. Und ich habe ja nicht einen Zigeunerlager-Dienst gemacht, ich habe ja einen D-Lager-Dienst gemacht. Ich kenne den Mann aus dem D-Lager. Ja. Moment. Herr, wollten Sie noch etwas sagen, Herr Joschko? Herr Zeuge, Sie standen doch auf dem Dach. Wie weit war es bis zum Krematorium von Ihnen ungefähr entfernt? Proszę, Światka, Pan powiedział, że Pan był na Dachu. Wie viele waren auf dem Dach. Die ganze Lager waren auf dem Dach. Wie weit schätzen Sie die Entfernung? Wie weit schätzen Sie die Entfernung? Ja, ich kann da jetzt nicht schätzen. Ich weiß es ja nicht, aber ich kann ja zeigen. Man konnte das ganz genau sehen, wie das alles rumlief und geschossen wurde. Herr Zeuge, wie weit war der Wald entfernt vom Krematorium? Proszę, Światka, jaka blod Leguśmienzi lassem a Krematorium. Das Krematorium 4 und 3, da konnte man sagen, das befand sich fast im Wald. Herr Zeuge, Sie sagten vorhin... Das war so ein kleiner Wald da. Herr Zeuge, wie konnten Sie sehen, dass es sich um eine Treibjagd handelte, wenn die Menschen sich im Wald befanden? Wie kann man sagen, dass es sich um eine Treibjagd handelte, wenn die Menschen sich im Wald befanden? Weil im ganzen Wald eine Bewegung entstand. Alles lief und alles schoss. Hin und her wurde gelaufen und geschossen. Da musste doch etwas geschehen da drin, in dem Wald. Darf ich die Frau Steinberg nochmal vorbitten? Frau Steinberg, ich hätte noch eine Frage an Sie zu stellen. Sie haben eben gehört, dass der Zeuge hier gesagt hat, in dem Zigeunerlager seien auf der einen Seite Zigeuner untergebracht gewesen, vor ihrer Vernichtung. Und auf der anderen Seite seien Juden untergebracht gewesen. Stimmt das? Es war eine Zeit, wo auch Zigeuner und Juden beisammen waren. Ob es war gerade in der Zeit der Liquidierung, ist mir nicht erinnern. Das waren die Zugänge, die aus Ungarn kamen. Ja, ganz recht. Aber uns ist bisher so geschildert worden, dass nach der Räumung des Zigeunerlagers ungarische und tschechische Juden in diesem Lager, wo vorher die Zigeuner drin gewesen seien, untergebracht worden wären. Ich habe eine Zeit lang im Zigeunerlager gewohnt, als die ungarischen Juden, Männer, gewohnt haben. Und sonst dürfte ich doch nicht wohnen im Männerlager. Aber mit den Zigeunern beisammen, ich wohnte in den Blocks der Zigeuner. Und gegenüber waren einige Blocks, so genau weiß ich nicht so viel, waren Juden, Männer untergebracht. Ob es gerade in der Nacht der Liquidierung war, ist mir nicht erinnern. Das wissen Sie nicht mehr. Wollen Sie das noch versichern unter Bezugnahme auf den von Ihnen bereits geleisteten Eid? Das ist so gut, als ob Sie erneut geschworen hätten. Wollen Sie das aufnehmen? Ich danke recht schön. Sie können wieder passen. Ja. Sind sonst noch Fragen an den Zeugen zu stellen? Werden bezüglich seiner Beeitigung Anträge gestellt? Dann, Herr Zeuge, haben Sie das, was Sie gesagt haben, zu beschwören? Nein, bitte. Also, Herr Herr Zeuge, Sie können Sie sagen, was Sie hier на das, was Sie gesagt haben. המ�헌terin ist ein.